Klappe die erste, take 1. Ich bin Lisa Mantler und ich spiele Juli im Film. Ich kann mich auf jeden Fall mit der Rolle identifizieren, weil das Coole ist, dass wir richtig viel Mitspracherecht hatten. Schauspielerei war schon immer ein Traum von mir, seit ich klein war, war es so ein bisschen wie Jungs sagen, ich werde Fußballspieler, war es so, ich werde mal Schauspielerin. Das war uns einfach wichtig, deswegen waren wir 2 Jahre auf einer Schauspielschule, haben Theater auch gespielt, was ganz Neues und war einfach schön. Von heute zum offiziellen Drehstart, das ist so verrückt, heute geht's los. Ich fand die letzten Tage vor dem Drehbeginn irgendwie so unreal. Wir hatten halt so einen krassen Zeitplan, dann, dann, dann und ich glaube, ich kam mit meinem Kopf gar nicht hinterher und war so, oh mein Gott, es passiert wirklich. Was ich mega herausfordernd fand, dass das Wetter nicht immer mitgespielt hat. Das fand ich so krass, wenn es halt geregnet hat, trotzdem zu spielen, wenn es kalt war, trotzdem zu spielen und so zu tun, als wäre es nicht kalt. Lassen wir es auch in ein Jahr versuchen. Ich liebe unser Team, mich hat das Team so beeindruckt. Ich hätte es mir nicht besser vorstellen können, ich war schon gespannt, so okay, so eine lange Zeit, so wie wird es. Wir verstehen uns alle richtig gut, also das Coole ist halt, wir sind einfach unterschiedlich, ich glaube, das macht den Film auch aus. Ich habe beim Skaten jetzt nicht so viel Angst, ich kann da gut meinen Kopf ausschalten und mache einfach. Ein bisschen Street wäre nice zu lernen, einfach weil es ist cool, es gibt nicht so viele Bowls in Parks und dann ist man schon eingeschränkt. Ich liebe diesen Park, der ist so cool. Ich bin sehr dankbar für Lea. Die ist super cool und was ich wirklich sagen muss, die hat sich so reingefuchst, so auch ins Thema Skaten. Ich meine, sie hat auch sagen können, gut, ich habe hier ein Drehbuch und tue halt einfach Regie führen, mache das, was hier steht. Aber sie hat einfach mitgedacht, hat recherchiert und hat sich wirklich dafür interessiert und ist einfach ein so toller Mensch. Ich dachte am Anfang, die haben sich verschrieben. Ich dachte, das ist vielleicht eine andere Florence. Es ist eine Riesenehre, dass sie mitspielt, also wirklich, dass sie das Drehbuch so gut fand, dass sie gesagt hat, sie will mitspielen, sie will ihr Gesicht dafür hinhalten. Krass. Die letzte Nacht vor Drehschluss war traurig. Ich glaube, ich habe dann zum ersten Mal so realisiert, krass, okay, das ist dann einfach zu Ende, weil ich meine, es war so ein bisschen wie lange Klassenfahrt mit allen. Wir dachten, als die letzte Klappe fiel, dass sie schon davor gefallen ist und dann war es immer so und nochmal und nochmal. Am Ende war es so, okay Leute, ich glaube, das ist jetzt das letzte Mal. Das ist schon, das tut mir leid an alle Vegetarier und Veganer. Ich muss ja später erst mal Maske tragen. Der Contest. Das Ding ist, ich dachte ja, ich war Bowl und kurz davor, als ich dran war, hieß es, nein, du fährst keine Bowl, du fährst genauso wie die anderen. Ich hatte richtig Panik und war echt gestresst und musste dann noch gucken, wie ich fahre. Deswegen war ich sehr aufgeregt vor dem Contest, vor allem zu fahren, weil ich bin wirklich zufrieden. Aber ich hatte richtig Schiss. Ich war super stolz auf Lena, weil ich bin ehrlich, ich war so auf mich fokussiert beim Üben. Lena ist einfach richtig, richtig gut, wenn es um Street geht. Sini ist so dran geblieben und dann am Ende hat sie so reingehauen, komm, dann macht es das Double. Und Sini hat gesagt, nein, sie macht es und hat es geschafft. Das war sehr schön. Und ich habe das Gefühl, dass so ein Problem an unserer Generation ist, dass wir viel zu schnell aufhören und aufgeben, anstatt weiterzumachen. Dran bleiben, bis es klappt, weil ich meine, es ist ja schade, wenn man immer nur hin und her springt und nie was 100% macht. Dass der Film klar auch Jungs erreicht, aber auch einfach Mädels, die Mut haben, ins Skatepark zu gehen. Ich weiß noch, als ich da das erste Mal war, ich war so eingeschüchtert und hatte das Gefühl, ich bin fehl am Platz, weil ich kein Mädel gesehen habe. Just do it. That's my message. Probiert es aus, lasst euch nicht einschüchtern, denkt nicht zu viel nach. So, das habe ich gelernt, macht es, was dir Spaß macht. Wenn ihr neugierig geworden seid, dann schaut doch gerne im Kino vorbei. Vermahlen wir ein Skateboard. Keep shredding. Wie macht man das immer so, gell? Oder? Gott, wir werden ein W Tod. Wie war es? Wie war es? Wie war es?